So, jetzt gucken wir mal, jetzt geht es hier mal los. Mund geht es auf jeden Fall, ja? Richtig. Rumpf, rumpf. Das geht es. Ach, der Gimmel. Das ist es. Das geht hier. Huuu. Das Ding spielt verrückt. Aber der fährt jetzt schon heftig als letztes Jahr. Ich kann mich an den Brakeletzen fast gar nicht erinnern. Ich weiß, dass wir den gefahren sind. Hier ist der auch noch gefahren. Genau. Ich fand die Fahrt auch nicht so toll. Nee, da ging es auch wirklich ganz langweilig. Du magst da jetzt auch noch einen Fall sagen. Das ist halt auch sehr schnell. Jetzt hier auf dem Tour. Wenn du einmal so gefahren hast, kommst du auch nicht vor. Ich kann es nicht bewegen, wie das durchsicht ist. Dann kann ich nicht mehr erinnern. Beide Fahrten cleansing. So, das ist das Ding. Was hast du denn einfach gesagt? Ja, das ist das Ding. Das ist der Grunde. Nee, das ist eigentlich schon der Punkt in 200. Weil da kommst du nicht raus. Du musst jetzt warten, bist du dich toll zu finden. Wenn du dann Glück hast, den richtigen Moment erwischt. Aber das ist jetzt zweitüchtig. Da könnte man dann arbeiten. Jetzt müssen wir hier... Was ist fertig? Du machst am besten nichts. Aber jetzt fangen wir uns auch mal an. Das ist halt zu langsam. Zu langsam irgendwie. Da gibt ja noch mal Gas, ne? Ich hoffe es zumindest. Jetzt haben wir uns noch einen überlegt. Jetzt gucken wir mal, ob es mal spielt. Das ist natürlich sehr kacke. Jetzt hast du keine Chance mehr. Ja, da brauchst du mehr zu. Ja. Wenn der noch seine Profil nachzumal ist. Ja. Wenn der noch seine Profil nachzumal ist. Das geht jetzt auch. Das hier taucht. Das kommt dann auf den Kader. Wenn der jetzt so richtig Spaß macht. Das liegt den ganzen Tag. Ja. Dann geht das auch. Das Wald ist gerade ein bisschen unten mit der Drehung gerade. Wenn wir richtig gestanden hätten. Dann hätten wir es klappen. Dann hätten wir es klappen. Dann hätten wir es wieder kurz rein. Dann hätten wir es klappen. Schade. Immerhin. Ein halber. Da ist ein brares Geld umdessen. Ja. Ja.